Wie soll das Video beginnen? Vielleicht mit frohen Weihnachten schon mal so im Voraus, so auch meinem Outfit angepasst, sag ich mal. Vielleicht lockert es, oder ich hoffe, es lockert vielleicht ein bisschen die Situation auf hier, die für mich zumindest wieder mal ziemlich negativ ist zum VfB Stuttgart und für mich auch passt irgendwie mein Outfit dazu, zu meinem Gefühl oder meiner Reaktion, meiner emotionalen Reaktion auf diese Entscheidung, weil beides ist lächerlich. Mein Outfit, so wie diese Entscheidung und den Weg, den der VfB jetzt gehen wird, ist ein Witz. Das wird alles richtig geil. Missentat und der VfB gehen getrennte Wege. Nichts Besonderes im Sinne von, war jetzt kein Paukenschlag oder so. Also ich ging die letzten Wochen immer davon aus, habe es ja auch oft schon so geäußert, dass es irgendwann so kommen wird wahrscheinlich. Jetzt haben wir nur die Quittung, die Realität ist jetzt da, es stimmt. Es war nicht nur ein Glauben, sondern es ist auch passiert. Ein Glauben, den ich nicht wollte. Hoffnung war da. Ich wollte nicht, dass er geht oder gehen muss, wie auch immer. Jetzt ist es soweit. Jetzt sind Hitzesberger, Matarazzo und Missentat alle drei weg. Und wie gesagt, es war zu erwarten, dass auch Missentat geht. Trotzdem tut es weh. Es tut irgendwie auch ein bisschen mehr weh als Matarazzo. Oder da ist noch ein größeres, ich sag mal, Unwohl-Dasein, Unwohl-Gefühl da als nach Matarazzo. Was den gesamten Weg des Vereins angeht auch einfach. Und eben für mich bleibt jetzt auch der Gedanke da, dass wir diese letzten, ich sag mal grob drei Jahre, manche waren einen Ticken weniger, manche einen Ticken länger da, die letzten grob drei Jahre unter diesem Trio eben hätten wir eindeutig mehr genießen müssen. Eindeutig mehr genießen müssen. Weil jetzt haben, komme ich gleich drauf, andere diesen Verein in der Hand. Jetzt ist dieser, der Weg ist vielleicht nicht weg. Also der Weg von Jungen Willen und sowas ist vielleicht nicht weg, aber es ist eben, ja, die drei Identifikationsfiguren, die Personifikationen sind weg. Die Fanlieblinge sind weg, alle drei. Ich sehe gerade keinen einzigen Funken Positivität, wenn ich irgendwie von mir aus auf den Verein schaue, wenn ich von der Community auf den Verein gucke, also von Twitter, Instagram, wie auch immer, von den VfB-Fans, die da so ihre Meinung äußern, guck, verspüre ich keinen Funken Hoffnung mehr. Keinen Funken Hoffnung mehr und das ist schon ziemlich krass. Natürlich auch für die Spieler jetzt vielleicht, nur so eine kleine Randnotiz, weil für die Spieler auch gar nicht so geil, dass jetzt ein Missland hat, der die ganzen Wege aufgetragen hat, die Talente geholt hat und so weiter, dass der jetzt nicht mehr da ist. Die Wege wurden ihm gesagt, sie wurden geholt. Es gibt vielleicht zwei, drei Jahrespläne, so Thema Ahamada zum Beispiel, der vor zwei Jahren kam, jetzt mittlerweile Stammspielt und so weiter. Ja, das ist der Mann weg, der diese ganzen Wege mit Leuten besprochen hat. Hauptsache natürlich hat sie auch Rüth und so weiter noch. Aber das ist auch sicher für die Spieler nicht unbedingt geil, wobei ich natürlich auch da nicht weiß, wie die Spieler zum Missland hat standen, so ganz generell. Ich muss auch hier, gerade zur Verteidigung der Entscheidung, sage ich mal, oder zur Verteidigung aus Sicht von den Verantwortlichen, Werle und so weiter, Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter, muss man schon sagen, es ist irgendwo verständlich, wie es mit dem Vertrag jetzt aussah. Laut der Bild hat er bisher zwei Millionen pro Jahr bekommen, Missland hat, was absolut Topverdiener ist auf diesem Posten. Er war sogar Sportdirektor, also nicht mal Sportvorstand, doof gesagt, von der Höhe vom Posten her. Und eben diese dicke Klausel drin, Zugeständnisse drin, die ihn damals Hitzelsberger gewährt hat, die ich ihm auch aus Fansicht gewähren würde. Einfach wie gesagt, ich habe ja auch hier mein Missland hat Zwischenfazit-Video gemacht und viele andere Videos zu dem Thema, das die gerne angucken, quasi als Hinterwissen. Gehe jetzt hier nicht tiefer noch drauf ein. Schon oft genug besprochen, bin es langsam leid. Aber ich sehe ihn trotzdem nach diesen dreieinhalb Jahren in der Bilanz doch durchaus positiv, also viel positiver als negativ. Deswegen hätte ich ihm rein aus Fansicht her diese Zugeständnisse auch weitergegeben. Dass man das vielleicht aus verantwortlichen Positionen nicht macht, kann ich verstehen, weil das ist mit Sicherheit kein üblicher Vertrag. Es wären jetzt wohl anderthalb Millionen gewesen statt zwei. Das ist ja wohl auch sowieso kein Thema gewesen, wenn man es bei Missland hat. Darum ging es nicht ums Gehalt, aber eben um diese Klausel, die eben nicht mehr da ist, die besagt hat, dass er eben in sportlichen Entscheidungen immer sein Ja geben muss. Wenn das nicht passiert, kann er dann sein Veto einlegen und sagen, so ich bin raus hier, ich kündige und kriege danach trotzdem noch bis Vertragsende mein Gehalt weitergezahlt. Das wurde so berichtet. Schon eine ziemlich krasse Klausel gesagt. Ich hätte sie ihm gegeben, weil ich einfach seine Arbeit wertschätze, aber dass man sie vielleicht ihm nicht gibt. Aus Vertragssicht, aus verantwortlichen Sicht, kann man irgendwo nachvollziehen, muss ich hier mal quasi zur Neutralisierung von diesem Video sagen. Und eben auch jetzt eben die große Frage, es gibt auch durchaus auch einige, die sagen, ey gut, dass er weg ist, der Kader gefällt mir, bla bla bla, sportliche Entwicklung ist ein bisschen ausgegeben. Alles, alles richtig, alles richtig. Gibt aus meiner Sicht, wie gesagt, auch dafür einige Gründe, finanzielle Situation und so weiter. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Da muss ich einfach mit der Reaktion quasi antworten, mit meiner Gegenfrage antworten, wer macht es besser. Glaubt ihr ernsthaft, dass Werle, Vogt, Khedira, wer auch immer da jetzt dann die größte Macht hat quasi, wahrscheinlich am meisten Werle, glaubt ihr ernsthaft, dass die hier jemanden ranholen, der mit der Lage vom Verein, der Lage auch personell vom Verein, finanziell vom Verein, sportlich vom Verein, es besser macht, als ein Missland hat, ein absoluter Fachmann, einen Glücksgriff, den damals bekommen zu haben, kurz bevor dann mit Dietrich vorbei war, Abstieg war und so weiter, völliges Chaos war bei uns eigentlich, dass man den Bekommen hat, dass der sich für diesen Weg verschrieben hat, das ist eine Herzensangelegenheit für ihn geworden ist, der Verein. Glaubt ihr, die holen da jetzt irgendwen, der es besser macht? Ich persönlich nicht. Wir sind, wie gesagt, finanziell komplett am Arsch. Da gerne die VfB-News anhören. Ich bleibe weiterhin kein Finanzexperte, aber wir sind gefühlt pleite quasi, völlig am Arsch und deswegen muss eben Missland auch so arbeiten, wie er arbeiten musste. Talente holen, dass er hofft, dass die eine Wertsteigerung haben, dass man die weiterverkaufen kann, dies, das. Quasi, dass er gucken musste mit finanziellem Überschuss, mit Einnahmeüberschuss, den Verein irgendwie finanziell am Leben zu halten. Gibt es über die Daten, einfach da ein bisschen einlesen. Deswegen war ich nie so negativ gestimmt zum Missland, zum Kader, zum Sportlichen, wie auch immer, weil es einfach eine Scheiß-Situation ist, in der man hier arbeiten muss beim VfB aktuell. Und jetzt muss man ja mal drauf blicken. Was ist der Stand aktuell? Platz 16 in der Bundesliga, mittendrin im Abstiegskampf, Winterpause jetzt, in der hast du jetzt aktuell keinen Sportdirektor, keinen Trainer, also noch keinen neuen Trainer, sag ich mal. Will man, kann es immer noch bleiben, ist aktuell Trainer, aber an und für sich keine Trainerentscheidung, formulieren wir es so. Und eben wie gesagt, Werle, Fug, Dira, wie auch immer, haben diesen Verein aktuell in der Hand. Dass da kein positiver Funken irgendwie unterherspringt, aktuell, die können sich auch alle noch berappeln und alle uns eines Besseren belehren, ist nicht ausgeschlossen. Aber das, ja, verstehe ich. Und auch hier, ich gehe jetzt nicht weiter groß auf die Zarte von Werle und Missert und sowas ein, in dem Statement zur Auflösung vom Vertrag, heute auch direkt aufgelöst worden, war ja auch klar, dass der nicht bis Sommer weitermacht, wenn er nicht verlängert, macht ja keinen Sinn. Dass sie eben da davon sprechen, jeden von diesem, ja, diese dummen drei Wörter für mich, absolut marktgerechtes Angebot. Mag ja sein, mag sein, dass das so ist, aber das ist dieser Versuch, das so hinzudrehen, als hätte Misslind hat ein geiles Vertragsangebot abgelehnt, weil er zu stur ist und zu viel Macht will. Da ist vielleicht ein bisschen dran, bis jetzt ist bestimmt auch kein einfacher, der weiß, was er will, der weiß, was er kann, der wird Macht wollen, wie gesagt, ich als Fan würde sie ihm geben. Das haben aber nicht wir Fans, siehe 12.000 Unterschriftenpetitionen, haben auch nicht wir Fans zu entscheiden, sondern eben wer anders, so ist es halt einfach. Und da muss man eben sagen, das ist der Versuch, das so hinzudrehen, als wären sie nicht schuld. Aber sie haben dazu beigetragen, dass Misslind hat wahrscheinlich immer wieder gedacht hat, so langsam keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Das große Thema haben wir auch damals besprochen, dass eben Werle hinter dem Rücken von Misslind hat, ohne dass er irgendwas davon wusste, dass er auf einmal einen Kedira ranholt, der mittlerweile auch einiges irgendwie ständig am Start ist und da auch ein bisschen operativer wirkt, als es eigentlich sollte. Guten Lahm, noch nicht groß in Erscheinung getreten, Gentner würde es erst ab Januar dann tun, da ist die Frage, mit wem kann er, mit wem kann er nicht. Kedira hieß es ja jetzt zuletzt aus Medien, dass er mit dem oder das Kedira nicht so ganz bewusst hat könnte, auch ein Grund vielleicht, ein kleinerer wahrscheinlich, aber eben, man weiß von Misslind hat, er würde gerne in einem kleinen Team arbeiten, produktiv sein, seine Leute haben, wissen, was sie können, im kleinen Team arbeiten, Macht haben, machen lassen und arbeiten. Das war schon dann nicht mehr der Fall. Hinter dem Rücken drei Leute hinzustellen, mit denen er dann quasi auskommen musste, das war ein Stück weiser, immer weiterhin den Weg quasi hingelegt, bis zur Entscheidung jetzt, dass er den Vertrag eben nicht verlängert, auch ohne Klausel und so weiter, logischerweise. Und jetzt eben auch die große Frage, wieder das Thema, wer wird es jetzt, aber auch der Weg dahin. Bis zum 12.12. Wissen wir ja alle, haben so nochmal geschrieben, sollen die nötigen Entscheidungen getroffen werden, aber wer glaubt denn da jetzt dran, dass da jetzt irgendwie eine saubere Arbeit kommt, dass da jetzt irgendwas Sinnvolles kommt, nachdem jetzt auch, durch eben auch die Verschiebung von Misslind hat Verlängerung oder eben jetzt nicht Verlängerung, um zwei Monate oder sowas, acht, neun Wochen, sieben, acht Wochen, hat man es ja auch nicht hinbekommen, einen Trainer zu ersetzen, acht Wochen lang am Stück. Klar, es gibt doch einige sagen, Willmann macht das doch gut, wir haben doch einen neuen Trainer, passt doch alles, aber es steht ja immer noch aus, die Trainerentscheidung, sie wurde immer noch nicht gefällt, es ist mittlerweile auch acht Wochen her oder sowas, mit dem Matarazzo-Entlassung, warum sollte jetzt hier nicht noch eine weitere VfB-Shitshow kommen, in der Außendarstellung, in der Suche nach einem Sportvorstand oder einem Sportdirektor, warum sollten wir überhaupt einen finden? Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die jetzt hier weiter auch da rumdüppeln und sagen, ey, wir machen erst mal mit denen weiter, die wir da so haben, Khedira, Rüth, was weiß ich, suchen da irgendwelche Leute zusammen, die das so ein bisschen übernehmen, dann kommt ein Kentneuer noch im Januar dazu, Braumeril kann einen neuen Sportdirektor holen, mich würde es nicht wundern, wenn die bis zum 12.12. keinen neuen Sportdirektor haben, also ich bereite mich auf eine komplette Shitshow vor, lasse mich natürlich aber auch gerne da eines Besseren belehren, ist auch ganz klar und auch deswegen, wegen dieser Voraussetzung, dass jetzt Werle und so weiter diesen Verein in der Hand haben, die Richtung in der Hand haben vom Verein, war ich auch diesem Labbadia-Gerücht so wohlwollend entgegengegangen, gestern in meinem Video auch, haben auch wieder gesagt, ah, Labbadia, will ich nicht, erster Eindruck, ah, gar keinen Bock auf den, war doch gar nicht so geil damals, aber aus der Emotion heraus, wer zur Hölle, oder warum sollte man daran glauben, dass sie jemanden besseren holen, als ein Labbadia? Wenn ich jetzt daran denke, dass jetzt Werle und so weiter das Ding in der Hand haben und Leute entscheiden, dann habe ich Namen wie Löw vor mir, als großer Name, die nächste Weltmeister, dies, das, dann habe ich einen, was weiß ich, einen Held im Kopf, ich habe einen Gießdoll im Kopf, ich habe andere wilde, freie Trainer im Kopf, also, ich weiß nicht, warum irgendwer erwartet, dass der VfB jetzt eine gute Entscheidung trifft oder dass auch irgendwer zum VfB will aktuell, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es überhaupt einen bekommen, der besser wird als ein Missent hat, vom Fachwissen und so weiter und so fort, von seinem Karrierelauf bisher, der besser vorzuweisen hat, aber auch da glaube ich auch nicht daran, dass sie einen finden oder einen bekommen, der irgendwo in die Nähe kommt von einem Missent hat, deswegen verstehe ich auch da nicht, wie man da glauben könnte, dass wir was Besseres erwischen könnten, als ein Labbadia, deswegen war ich dem auch ein bisschen wohl, wollen da entgegengekommen, ich bin fest der Überzeugung, dass Besseres seinen Weg gehen wird, ein Missent hat, wird seinen Weg gehen, mal gucken, wohin geht, wahrscheinlich, wahrscheinlich zu einem besseren Verein als ein VfB, so muss man es ja auch sagen, also sportlich gesehen, ein besserer Verein als ein VfB, der wird schon einige große Vereine haben, die sich vielleicht für ihn interessieren und dann, no shit Sherlock, wird auch ein Missent hat, erfolgreicher sein, als ein VfB Stuttgart, in der Zukunft, bin ich ziemlich, ziemlich sicher, aus der Emotion heraus, ist für mich ganz klar, it's all downhill, downhill from here, also das ist wirklich, es geht nur noch bergab, es geht nur bergab von hier, von hier an, ist die, aus der Emotion heraus, mein erstes Gefühl beim VfB, der Verein ist am Arsch, wir haben aktuell quasi keine sportliche Leitung, wir sind tief im Abstiegskampf drin, und jetzt haben Leute den Verein in der Hand, auf die eigentlich kein Fan Bock hat, also das ist auch der große Unterschied, Missent hat war beliebt bei den Fans, es gab auch ein paar, die gegen ihn waren, auch mit, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, durchaus auch manchmal richtigen Argumenten, richtigen Fakten, aber Missent hat war, in der Mehrheit, sehr beliebt, merkt auch in der Reaktion, dass er nicht weiter beim VfB ist, da war sehr viel, ich sage mal auch Hass dabei, sehr viel gegen Wind, gegen Werle und so weiter da, weil jetzt haben Leute den Verein in der Hand, auch ein Vogt ist nicht wirklich durchgängig beliebt, bei den meisten Fans, und jetzt haben eben Leute den Verein in der Hand, wie schon vorhin angesprochen, Werle und so weiter, die mal im Vergleich zu Missent hat, komplett auf der anderen Seite von beliebt sind, bei den Fans, auf der komplett anderen Seite, hat man jetzt auch gemerkt, klar, es gab auch welche, die gegen Missent hat waren, aber wir hatten da, wie gesagt, 12.000 Unterschriften für die Petition, hatten wir da am Start, wir hatten generell einfach ein gutes Gefühl, bei Missent hat die Spieler, die Fans waren für ihn, Spieler vielleicht auch, wie gesagt, weiß ich ja nicht, waren für ihn, bei Werle ist gefühlt von Tag 1 an, manchmal auch deutlich drüber, das ist einfach Social Media, manchmal deutlich drüber in der Kritik und in der Wortwahl, muss man auch mal hier sagen, aber durchaus gegen Werle, durchaus auch gegen Vogt, und die haben jetzt diesen Verein in der Hand, deswegen weiß ich nicht, warum uns da irgendwie was Gutes blühen sollte, ein bisschen war komplett beliebt bei den Fans, nennen wir auch mal, das soll jetzt kein dickes Argument sein so, aber nennen wir mal irgendeinen Sportdirektor oder irgendwen Großen in diesem Fußball-Business in der Bundesliga, der sich fünf Stunden in den Fan-Podcast hockt, diese STR-Podcast-Folge war grandios, ganz, ganz großes Kino, bin auch sehr gespannt dann eben auf die Fan-Reaktionen, wenn es wieder ins Stadion geht, natürlich auch, cleverer Zeitpunkt gewählt, das nächste Spiel ist erst Mitte, Ende Januar dann gegen Mainz zu Hause, aber da bin ich gespannt, ob es da irgendwelche Fan-Reaktionen geben wird, natürlich auch davon abhängig, wer dann bis dahin eben geholt wurde vom VfB oder eben nicht, bin ich mal gespannt, auch hier darf natürlich, wie so oft nicht vergessen, oder diese Choreo, wie auch immer den Spruchband, wie auch immer nicht vergessen, dass keiner größer ist als der Verein, auch ein Sven Missentat nicht, trotzdem tut es extrem weh, wie gesagt, für mich kam glaube ich ganz gut raus, emotional gesehen, gerade direkte Reaktion auf die Trennung, geht es nur noch bergab, also sportlich gesehen, also ich hoffe zumindest nicht sportlich gesehen, im Sinne von tabellarisch, ich hoffe wir bleiben trotzdem irgendwie drin, logischerweise, mal gucken wer jetzt kommt, als Sportdirektor, wer kommt als Trainer vielleicht, oder vielleicht bleibt auch ein Wimmer, wie auch immer, wie es jetzt aussieht, natürlich muss man auch denen eine Chance geben, eine faire Chance geben, ist auch klar, aber rein von den Verantwortlichen her, wie der vor allem wieder aufgestellt ist, geht es für mich aktuell nur bergab, das gibt mir alles gar kein gutes Gefühl, ich lasse euch hier zum Ende des Videos, nach diesem legendären VfB-Fanclip da, ich habe hier bestimmt nicht alle meine Gedankengänge, oder Gedankengänge, die man haben kann, zum Thema irgendwie alle dargelegt, aber einfach quasi wieder, wie bei Matarazzo auch bei der Entlassung, ein mehr oder minder hohes Video, hier einfach runtergelabert, habe einfach aktuell auch irgendwie keine Böcke mehr, auf den ganzen Scheiß, passend zum Video, das ich euch jetzt hier zum Ende noch da lasse, und ja, viel Spaß. Hey, 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 hey Vielen Dank.